Laurenz Walter ist ein deutscher Schauspieler. Leben und Wirken Erste professionelle Theatererfahrungen sammelte Laurenz Walter beim Bochumer Projekt Theater Total. Von 1998 bis 2001 besuchte er dann die Westfälische Schauspielschule in Bochum. Im Anschluss an die Ausbildung wurde Laurenz Walter unter anderem am Schauspielhaus Bochum, an den Wuppertaler Bühnen und am Theater Aachen engagiert. 2003 leitete er außerdem zusammen mit Cornelia Dörr den Jugendclub am Aachener Theater. 2001 stand Laurenz Walter zum ersten Mal für den Fernsehfilm »Wenn die Liebe verloren geht« vor der Kamera. Zudem spielte Laurenz Walter in dem Kinofilm »Die österreichische Methode« mit, welcher 2006 seine Uraufführung auf den Hofer Filmdagen hatte. Einem breiteren Publikum wurde Laurenz Walter bekannt durch die Rolle des Lars Lenhoff in der Fernsehserie »Stromberg«. Unter der Regie von Timo Müller spielte Laurenz Walter seine erste Hauptrolle in dem Kinospielfilm »Morscholz«. Nachdem Laurenz Walter ein Trainingsprogramm in New York absolvierte, spielte er außerdem 2008 in der Stuttgarter Show als Blumann in der Blumann Group. Laurenz Walter ist verheiratet mit der Schauspielerin Idil Lünner, hat zwei Kinder und lebt in Berlin. Filmografie 2002 »Wenn die Liebe verloren geht« 2005 zu 2012 »Stromberg« 2006 »Die österreichische Methode« 2008 »Morscholz« 2009 »Parcours« 2009 »Carlos der Chakal« 2010 »Notrufhafenkante« 2010 »Runaway« 2011 »Nacht ohne Morgen« 2011 »Tatort«. Die Ballade von Cenk und Valerie 2013 »Unsere Mütter – Unsere Väter« Regie »Philipp Kadelbach« 2014 »Stromberg« der Film »Auszeichnungen« 2008 Nominierung für den Förderpreis »Deutscher Film« in der Kategorie Hauptdarsteller »Männlich« für seine Rolle in »Morscholz«.